Liebe Spielgruppen-Kinder, wissen wir noch, gestern hat der Osterhas die besonderen Eier wunderschön angemalt, als das schwarze Hohen legt. Und heute erzähle ich euch, was dann passiert ist. Schon früh, am Ostermorgen, hat der Osterhas die Eier überall im ganzen Land versteckt. Farbige Eier hatte es überall in allen Ecken und Winkeln. Auch der König hat er nicht vergessen. Eigentlich hat der König an diesem Ostermorgen gar nicht so Lust zum Eier suchen. Er wäre lieber noch ein bisschen im Bett geblieben. Aber auch der König hat seine Pflichten. Darum ist er aufgestanden und hat angefangen, Eier zu suchen. Jedes Jahr das Gleiche, hat er gedacht. Weil er ein guter König ist, hat er überall gesucht. Keine Ecke hat er im Schloss ausgelassen, beim Eier suchen. Auch hinter dem Vorhang hat er geschaut. Unter dem Tisch hat er gesucht. Über dem Tisch. Er ist sogar unter den Stuhl gekrochen. Das macht eigentlich sonst den König nie. Aber nien findet er die Eier. In diesen Jahren vorher hat es ihm den Osterhas einfacher gemacht. Oder hat er ihn echt vergessen? Müd ist der König zurück zu seinem Thron. Aber da hat es doch etwas. Was für eine Überraschung. Was für ein Glück. Solche Eier hat der König noch nie gefunden. Jetzt strahlt er über das ganze Gesicht. Endlich einmal etwas anderes. Diesen Osterhas, den muss ich kennenlernen, der so eine gute Idee hat. Der König hat gerade die Rosse einspannen lassen und ist zum Osterhas gefahren. Beide sind erstaunt, als sie sich gegenüber gestanden sind. Der Osterhas hat erzählt, wer die Eier gelegt hat. Und dann haben sie sich sofort auf den Weg zum Hühnerhof gemacht. Das war eine Aufregung unter den Hühnern. Eins geht gacken. Gack, 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 gack. Und eins durcheinander ist gewesen, wo der König im Hühnerstall vorbeikommen ist. Was hätte denn der nur da wollen? Ein Huhn nach dem anderen schaut den König genau an. Und dann hat er gefragt, Wer von euch kann so schöne Eier legen? Und er hat auf die lustig geformten Eier in seinem Korb gezeigt. Da ist die Oberhähne, die Chefin der weissen Hühner, nach vorne hergestanden und hat gackert. Gack, 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 gack. So etwas kann nur ich. Ich bin da, die Chefin. Ich kann so schöne Eier legen. Und dann hat sie den König angezogen. Im hintersten Ecken des Stall ist schwarze Huhn versteckt. Ganz durcheinander war es, als der König plötzlich in den Hühnerstall gekommen ist. Und vor Schrecken legte es gleich ein Ei. Der Osterhase hat das Huhn sofort gekannt. Hier ist das Huhn, der solche Eier legen kann, sagte er zum König. Glücklich hat der König das allerschönste Ei aufgelupft, das es jeder sehen konnte. Dabei hat er das schwarze Huhn gestreichelt und gesagt, komm doch mit mir auf mein Schloss, dann kannst du mir jeden Morgen ein besonders schönes Ei legen. Und so war es dann. Das schwarze Huhn durfte mit dem König mit. Und die weissen Hühner mussten im Hühnerhof bleiben. Das schwarze Huhn hat ein schönes Plätzchen gefunden. Ganz gleich, wie es Ei ausseht, wo es leidet. Der König hat immer Freude daran. Das ist die Geschichte vom schwarzen Huhn. Ich wünsche euch wieder einen schönen Tag und geniessen die Ostern mit eurer Familie. Und liebe Grüße aus dem Römerhof. Das ist die Geschichte vom Schwarze Huhn.